Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Knights of the Old Republic im Nebenquest mal wieder gefangen. Wir sollen ja den Streit zwischen Matalés und den Centrals hier beenden. Ist doch alles etwas komplizierter, als sich das zunächst angehört hat. Wir haben es hier mit einer Romeo und Julia Geschichte zu tun. Und da dürfen wir nicht rein. Okay, das heißt wir müssen so oder so raus, weil hier geht es nicht weiter. Ja, alles etwas verzwickt anscheinend. Ich weiß nicht, also dadurch, dass wir den Jungen jetzt vorher gefunden haben, haben wir da wahrscheinlich ein bisschen was in der Reihenfolge kaputt gemacht. Aber von der Sache her ist es wahrscheinlich so, dass der Herr Matalé meint, sein Sohn wäre von den Centrals entführt worden. Was auch richtig ist, während der Sohn von den Centrals tot ist, wobei der Vater denkt, dass er von den Matalés entführt worden ist. Und der deshalb den Sohn von den Matalés entführt hat, was allerdings nicht so gut ist, denn Matalé männlich und Central weiblich sind ein Paar und wir werden hier beschossen. Wow. Er schießen einfach um, komm. Jetzt haben wir natürlich auch keinen Minenräumer dabei. Äh, geschenkt. Ja, also Romeo und Julia im Endeffekt, das ist es, worum es hier geht. Und wir werden mal schauen, ob wir die beiden Familien hier vereinen können. Bastila könnten mal ihre Toinenbetäubenfähigkeit ausprobieren. Du machst den weg und ich kümmere mich höchstpersönlich um den Kollegen hier hinten. Auf geht's! Okay, was war das? Ich hoffe nicht, dass er... So, ich glaube, es war eine gute Idee, also so ein bisschen aufgehängt hat es sich, diese Aufnahme schon. Da hat sich mein Windows mal zu Wort gemeldet. Ja, aber, äh, machbar, alles irgendwie machbar. So, also, Terminal würde ich gern noch vorbeischauen, weil man mich lässt. Äh, Hacken, zwei Sonden, äh. Ungerne. Wir haben auch nicht so viele davon, wir müssten mal irgendwie welche kaufen gehen. Ich denke mal, wir schaffen das auch so irgendwie. Äh, gerettet. Sehr schön. Wenn sie es irgendwie vermeiden lässt, würde ich gerne darauf verzichten, diese... ...wunderschönen Computersonden zu verbrauchen. So, Kollege Kav, du könntest dich doch mit Schlösser knacken aus. Fähigkeit zu niedrig. Ja, ganz hervorragend. Vielleicht können wir das gerade noch, ähm... Ja. Der müsste eigentlich alles können. Wir müssen so viel, wir müssen... Ja, der soll auch mal... Äh, geht wieder nicht. Ja, dann kriegt der halt heilen. Mein Gott. Also, das ist jetzt nicht gerade der ideale Charakter dafür, das merkt man einfach. Äh, Plastergewehr wäre auch eine Möglichkeit, dass wir ihm das einfach noch geben. Na, das ist nicht so ganz dieses Thema. Ich möchte ihn eigentlich weiter lieber im Fernkampf sehen. Nee, das wollen wir auch nicht. Da, Bonus auf Angriff mit Nahkampfwaffen, auch eher nicht. Schwere Waffen, Plastergewehre, brrrrp. Ja, was machen wir denn da? Sprengstoffeinsatz und Tarnung. Überreden. Sicherheit. Hm, ja, wir brauchen dann auf jeden Fall auch mal irgendwie einen. Vielleicht können wir die Bastille da zum Sicherheitsexperten irgendwie machen. Oder ihn halt. Das wird ewig dauern. Reparieren. Ja, wir machen das jetzt einfach mal. So, annehmen. So, auf ein neues. Bereit. Es ist nicht ganz einfach. Mal hier ein bisschen schneller. Was hatte ich genommen? Was hatte ich genommen? Ach ja, wir wollten einen Sicherheitsfuzi noch. Computerkenntnis reparieren. Annehmen. Schließen. Tür aufmachen. Truinen töten. Komisches Dings da mitnehmen. Erkennt Bastille er sich denn ein bisschen aus mit Sicherheit? Oh, nee, wirklich. Türkick. Ach, das Ding kriegt man aber auch so auf. Bin mir nicht sicher. War es wirklich bei diesem Spiel, wo das nicht möglich war? Also es gab auch ein Spiel, wo man auf jeden Fall Inhalt von Truhen zerstört hat. Wenn man halt einfach einfach ihn aufgeschlagen hat, statt ihn ordnungsgemäß zu öffnen. Ich meine eigentlich, dass es hier war. Äh. Äh. 100% sicher kann ich mir da jetzt anscheinend auch nicht sein. Was? Oh, Kinder. Ja, ich würde mal stark annehmen. Hier hätten wir auch, weil ich das hier so aussieht, wieder über das Terminal was regeln können. Gefängnisschlüssel, ne? Das ist doch was. Den brauchen wir bestimmt noch. Den Truinen lassen wir mal in Ruhe. Also man sieht ab und an steht dann doch mal einer rum, den man benutzen könnte. Ähm. Ja, ist jetzt hier nicht so ganz mein Thema, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Ja, dann. Da waren wir schon. Die Kiste haben wir aufgemacht. Bitte findet Shen und rettet ihn, bevor mein Vater etwas tut, was er ewig bedauern wird. Ich würde euch ja zum Gefängnis führen, doch mein Vater darf mich nicht mit euch sehen. Shens Gefängnis liegt im Südwesten des Anwesens. Seid vorsichtig. Es patrouillieren zahlreiche Sicherheitsdroiden in den Gängen. Und bitte beeilt euch. Ihr seid Shens einzige Hoffnung. Ah ja. Was ist denn das Problem eigentlich zwischen den Familien? Sie haben sich nicht verstreiten, seitdem sie sich auf dieser Welt niedergelassen haben. Mein Vater sagt, Achlan ist arrogant, stur und grobschlechtig und setzt immer seinen Willen durch. Er ist reich und der Ansicht, dass ihm sein Reichtum das Recht gibt, mit anderen umzuspringen, wie es ihm beliebt. Mein Vater kämpft gegen Achlan, weil es sonst niemand tut. Doch jetzt ist er zu der Ansicht gelangt, dass Achlan meinen Bruder Kasus entführt hat und hat aus Rache Shen gefangen nehmen lassen. Bitte findet Shen und befreit. Ist recht, aber vorher plündern wir noch euer gesamtes Anwesen. Immerhin im Medikit. So, dann wäre da wohl noch der Überwachungsraum, der bestimmt mit ein paar Truinen besetzt ist. Wer hätte das gedacht? Und die Frau Shan nimmt sich den anderen vor. Es läuft, es läuft. Und auch hier hätten wir wahrscheinlich wieder mittels einer Überlastung ein bisschen Freiraum schaffen können. Aber ich denke mal, das geht auch so. Kontrollraum. Was der Androiden hier hat, das ist ja der Hammer. Wieder genug, um kleinere Planeten zu erobern, wahrscheinlich. ein Leech. Noch mehr davon. Ja? Ja, es geht. Also es ist ja nicht so, dass die jetzt unüberwindliche Gegner wären. Man schnetzelt sich da relativ einfach durch. Aber naja. Das hätte ich, ich glaube, der wird da schon auch ein bisschen sauer sein, wenn er mitbekommt, dass wir ja einfach alles seine gesamte Inventar zerschlagen. Könnte ich mir denken. Warte mal. Sieht aus, als müssten wir eher nach hier oben. Großer Spind. Ja, siehst du mal. Schallgewehr. Super. Das Problem ist, wir kommen nicht nach da oben. Doch hier. Da ist wieder so eine Mine. Die gehen, das sind aber doch alles Türen. Wieso ist da überhaupt eine Mine? Ah, geschenkt. Hier, die. Wahrscheinlich, weil da ja derjenige drin ist, den wir suchen. Wir brauchen echt so einen Sicherheitskollegen. Das ist ja voll gut. Ach so. Okay, okay, okay. Verstehe, verstehe. Also. Auf diese Art. Guck mal an, wer da ist. Aber bevor wir das machen. Oh Gott. Hm, das wird was dauern. Nein. Waren wir hier nicht schon? Wie kann man eine Tür verfehlen? Ach Gott, ich. Naja. Egal, alles mitnehmen. Genau, aber hier waren wir in jedem Fall schon. Super duper. Hier kommt, hier kommen wir raus, ne? Oder beziehungsweise sind wir auch schon irgendwie reingekommen. Ach, keine Ahnung, was der Teufel. Sieht alles so gleich aus hier. So, hallo, Herr Mattel. Mattalee. Ich bin hier, um euch zu retten. Was? Ich pass auf euch auf. Wir gehen jetzt. Es ist nicht meine eigene Sicherheit, die mich kümmert. Ich sorge mich um das Schicksal von Nuriks Tochter, Rahasia. Sie versucht, ihren Vater davon zu überzeugen, mich freizulassen, seitdem ich gefangen genommen wurde. Wenn ich entkomme, wird Nurik denken, dass Rahasia schuld daran ist. Nurik ist aufgrund des Verlusts seines Sohnes Kasus vor Kram fast verrückt. Wenn ich mit euch gehe, wird Rahasia leiden. Ich darf das nicht zulassen. Wie könnte ich euch denn bewegen, mitzukommen? Wenn ihr Rahasia davon überzeugen könnt, gemeinsam mit uns zu fliehen, begleite ich euch. Ich weiß nicht, ob sie bereit wäre, sich von ihrer Familie und ihrem Zuhause zu trennen. Wer kann sich schon vorstellen, dass eine Sandal so etwas für einen Mattalee tut? Aber wenn sie nicht geht, dann bleibe ich ebenfalls. Ich sehe lieber dem Tod ins Auge, als zu riskieren, dass sie dem Zorn ihres Vaters ausgesetzt ist, weil ich entfliehen konnte. Ach, oh Gott, das denn... Warum hassen sich die Familien denn so sehr? Mein Vater denkt, dass alle Sandrals Diebe und Lügner sind. Seiner Meinung nach sind sie ihm hierher nach Dantuin gefolgt, um ihm das zu stehlen, wofür er hart gearbeitet hat. Mein Vater ist ein Egoist und manchmal kann er sehr gewalttätig sein. Aber ich denke, er empfindet viel für mich. Rahasias Vater scheint ein ähnlicher Mann zu sein wie mein Vater. Sie sind beide viel zu unvernünftig, als dass man mit ihnen über das Oberhaupt der anderen Familie sprechen könnte. Ich denke, die einzige Hoffnung, die mir und Rahasia bleibt, ist es, beiden zu entfliehen. Bitte findet Rahasia und sprecht... Ja, gut, dann hoffen wir mal, dass das auf der... Nein, aber das war hier in etwa. Also ganz runter. Lass mich mal wieder... Hä? Wie immer so blöd? Hä? Einmal die Führung übernehmen. Und dann jetzt nach rechts. Und hier? Nee. Hier? Nein. Hier. Verdammt. Ich bin hier falsch. Ich hasse dieses Haus. Das Haus, das Verrückte macht. Hier aber. Juhu. Was macht ihr hier? Habt ihr Shen schon ge... Ich versuche Shen zu retten, aber ich werde von... ...hier nicht ohne euch fortgehen. Rahasia. Shen kann manchmal stur sein. Wenn mich einer der Sicherheitsdroiden in den Gängen sieht, wird Pater sicher misstrauisch. Ich kann das nicht riskieren. Doch ich weiß, dass Shen lieber sterben würde, als mich hier allein zu lassen. Dem Zorn meines Vaters ausgesetzt. Sagt Shen, ich warte außerhalb der Tore auf ihn. Ich warte dort so lange wie möglich, aber ihr müsst euch beeilen. Ja, immerhin. Also es kommt Bewegung in die Sache. Und wieder zurück. Und wieder zurück. Dieses Haus. Ich dachte schon gerade, ich bin wieder falsch. Aber nein, ich bin hier nicht ganz falsch. Eigentlich sogar ziemlich richtig. Ah. Ihr seid zurück. Habt ihr mit Rahasia gesprochen? Yes. Sie hat uns versprochen, dass sie außerhalb der Tore auf uns warten würde. Ich wünsche, dass sie mir nicht nur das sagt, was ich hören will. Aber ich muss das Risiko eingehen. Dann sollten wir uns beeilen. Wir dürfen Rahasia nicht warten lassen. Meine Rede. Shen, du bist in Sicherheit. Rahasia. Dank sei allem, was gut und gerecht ist. Du konntest entkommen. Wir verdanken das nur der Hilfe der Jedi, dass wir überhaupt so weit gekommen sind. Ich danke euch, Jedi, für alles, was ihr für uns getan habt. Na dann. Kein Thema. Nein. Wir wissen, dass ihr ein großes Risiko eingegangen seid, um uns unentdeckt aus dem Sandral-Anwesen zu bringen. Es ist gar keine Belohnung nötig. Geld hilft immer, wer die andere antwortet. Aber wir können doch sicher... Oh, oh. Und als wenn das nicht reicht... Endlich bist du wieder da, Shen. Vater. Mr. Matalay. Rahasia. Vater. Mr. Sandro. Nurik. Achla. Ich bin zwar euer Werk. Ich bin zwar euer Werk. Ich bin zwar, dass ich meinen Sohn entführt habe. Ihr habt mir meinen Kasus lange zuvor weggemacht. Ihr habt damit angefangen. Spart euch eure Ausflüchte. Jetzt will ich Rache für eure Verbrechen. Ihr solltet euch erst mal beruhigen. Bitte höre ihm zu, Vater. Warum sollte ich auf einen Jedi hören? Ihr wollt nur, dass er bei dieser Sandral bleibt. Meine Tochter ist keine Hexe, Matalay. Jetzt beruhigt euch. Wir versuchen hier eine vernünftige Lösung zu finden. Schließlich sind wir vernünftige Leute. Doch es sind unsere Kinder, die so stur sind. Wenn Shen nur einsähe, dass er zu tun hat, was ich ihm sage, wäre das schnell geregelt. Ja, das wird wahrscheinlich wieder schief gehen, aber wir probieren es. Nein. Ich werde das nicht zulassen. Das kümmert mich nicht. Dann werden Rahasia und ich eben allein unser Glück versuchen, wenn wir nicht akzeptiert werden. Du wirst nichts derartiges tun. Ich bin dein Vater und ich befähle dich, um mit mir zurückzukehren. Nein, Vater. Das werde ich nicht. Rahasia. Du wirst nicht... Du wirst nicht mit dem Matalay-Burschen gehen. Doch, ich gehe, Vater. Du kannst mich nicht aufhalten. Wir gehen zur Enklave. Törichtes Mädchen. Glaubt ihr, dass ich sie so einfach ziehen lasse? Druiden, haltet sie auf! Ihr werdet eure Druiden nicht auf meine Tochter hetzen. Trau ich ihnen. Sie dürfen Rahasia nicht bekommen. Wir sitzen in einer Sackgasse. Und sie sind entkommen. Ihr seid schuld, Achlan. Ihr seid schon immerzu gewalttätig gewesen. Ich? Ihr seid doch derjenige, der hier mit Kriegsdroiden anmarschiert ist. Sofort beruhigen. Beide. Ich werde nicht eher ruhen, bis Shen wieder da ist. Der Rat wird von dem Ärger erfahren, den ihr verursacht habt, Jedi. Ja, das wird er. Hm. Na gut, da kann man nichts machen. Wäre wahrscheinlich mehr drin gewesen, hätten wir die entsprechenden, ich speichere mal kurz, Überredungskünste gehabt. Also das ist definitiv ein Thema, das wir mal angehen müssen. Computer. Überreden. Ich sag's ja. Talente. Lichtschwert wäre gut. Das würde ich tatsächlich bevorzugen im Moment. Machtsprung. Ja, das ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr schöne Sache. Das benutzen wir ja schon die ganze Zeit lang. Und das ist auch, was auch sehr gut ist, und anscheinend ein passives Talent. Gefällt mir. Aber wir machen erstmal den Lichtschwertkampf fertig. Was die Kräfte angeht, könnten wir Heilung machen. Das wäre sehr cool. Ist halt die Frage, ob es uns rausreicht, dass Bastila dabei ist. Die Machtwelle geht zur Zeit nicht. Rittertapferkeit... Machen wir vielleicht die Rittertapferkeit erstmal weiter. Machen wir's so. Oder es gibt auch sowas mit Macht überreden. Müsste es geben, sollte es geben. Rettungswürfe. Geist verändern. Universelle Macht. Ja, das wäre halt auch was. Geist verändern. Geist kontrollieren. Ja, das werden wir einfach mal machen. Dass wir da mehr Optionen dann bekommen. Hoffe ich. Und annehmen. Ja, damit haben wir dieses Quest erledigt. Vielleicht nicht so ganz perfekt, wie man es machen könnte. Was wir gerade nochmal machen könnten ist... Sicherlich streiben sich irgendwo noch Stärke-Räuber herum. Wo sollte das sein? Wo sind wir jetzt gerade? Auf den in ihrem Anwesen. Wir können auch mal ne Runde drehen und gucken, ob wir noch irgendwo Mandalorianer finden. Aber... Ich wüsste jetzt nicht, wo wir da was übersehen haben sollten. Laufen wir einfach vielleicht nochmal ne Runde und finden vielleicht noch irgendwo welche. Aber ich dachte eigentlich, wir hätten sie alle. Vielleicht spawnen die allerdings auch erst noch. Wir hatten ja zum Beispiel bei diesem... Ah, ja. Da ist doch schon was. Siehste. Wir hatten nämlich bei dem toten Jungen auch die... Ähm... Ja, diese Situation, dass er ja nicht wirklich aufgetaucht ist. Wow. Der kam nämlich erst später hinzu. Aber bevor wir die Sache angehen, müssen wir natürlich nochmal einen Speicherstand anlegen. So, und dann... Ihr habt euch eingemischt. Ihr habt uns eine Menge Ärger gemacht, Jedi. Ich werde euren Kopf zu den anderen Köpfen von Jedi stellen, die ich ausgelöscht habe. Ein weiteres Laserschwert für meine Trophäen sammeln. Jetzt werdet ihr sehen, warum wir Mandalorianer gefürchtet sind. Sehr gut. Damit hätten wir den also gefunden. Ähm... Machen wir vielleicht erst mal das Schild an. Und die Macht-Aura. Ganz ähnlich hier. Nee, nee, nee. Stopp. So, und du... Nimmst dir mal den Du raus vor. So, wunderschön. Versuche ihn mal zu betäuben. Ich habe irgendwie zweifelt, dass das funktioniert. Und dann... Schoßen. Und dann... Blitzdingsel. Ja. Ja. Wow, 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 wow. Immun. Na, super. Ähm... Kav, wir müssen das anders regeln. Du musst uns hier mal helfen. Ich schmeiß mal vorher noch ein Schild an. Frau Schahn. Macht-Tapferkeit. Scheint aber noch aktiv zu sein. Kurieren brauchen wir auch gerade nicht. Macht-Chill ist auch noch aktiv. Blitzdingsel. Ja. Wer bin ich? Dein Schild ist an. Das ist sehr gut. Feuer. Was? Na, wie war das? Kann mir denn was verfehlen, was so... Hm. Oh, Kav, das sieht nicht gut aus bei dir. Was? So, damit sind wir den Knall... Erbsen-Strauch schon mal los. Kav ist aber gefallen. Ja. Das macht aber nichts. Die anderen beiden dürften wir dran bekommen. Denke mal, der war da die Hauptgefahr. Boah, ey. Ich nehme alles zurück. Wobei... Sehr schön, der hat's geschafft. Gut, dann... Hau die da weg. Boah, das war ja... Ja, aber wir sind fündig geworden. Damit dürfte das Quest-Amon nun auch beendet sein. Ach, das ist der Rucksack von... Von damals. Laserschwert, Laserschwerts... Cardiogürtel... Sensor... Wo will der denn denn angehabt haben, den Sensor? Sag mal. Da hat der auch gar keinen Platz für. So, dann müssen wir erst mal ein bisschen heilen. Was im Moment nicht wirklich geht. Ich hab mich verklägt. Oh, wir müssen mal kurz sprychern, bevor wir hier aufleveln. Ähm, was sagt, sagt man da? Lorianische Blünder. John. Ja, mit dem reden wir dann gleich mal. So, Levelaufstieg. Darf ich da nochmal grad... Gleich. Sprengstoffe. Bewusstsein, das reicht eigentlich locker. Die geht jetzt mal auf Sprengstoffe. Sicherheit. Zukunft auf Schließmechanismen. Boah, wir bräuchten so viel hier. Das ist ein bisschen... Ach Gott. Na, immerhin etwas. Ich denke mal heilen und Bewusstsein. Bewusstsein reicht locker aus. Da investiere ich nix mehr. So, die dürfen wir noch nicht. Was doof ist. Die dürfen wir auch noch nicht. Was doof ist. Tapferkeit wäre möglich. Das dürfen wir auch noch nicht. Ähm, hm, hm, hm. Die hat ja sonst noch gar nicht... Na gut, das sind die Machttalente. Das ist natürlich nochmal was anderes. Äh, vielleicht nochmal bei den Tuiden. Das scheint mir doch recht nützlich zu sein. Hier sehen wir nämlich auch gerade, was im Moment aktiv ist. Das ist durchaus interessant. Naja. So, dann passt das Zeitlich eigentlich ganz gut. Wir machen hier erstmal Feierabend. Haben einiges geschafft. Ein bisschen neue Ausrüstung bekommen. Und nächste Amtshandlung wäre dann, dass wir uns um diese Ruine kümmern. Aber erst in der nächsten Folge, wie gesagt. Wir sehen uns dann, wenn ihr Bock drauf habt. Ciao, ciao.